Yo, Peace Leute und willkommen zum vierten Part von Child of Light. Wir sind hier immer noch im Brunnen. Okay, hier müssen wir das auf jeden Fall einsetzen. Und wagen uns hier durch diese Falle, was wir natürlich großartig geschafft haben. Geben wir hier unser Zeug her. Und hoffen immer noch darauf, ein Heilmittel für das Dorf von unserem lieben Finn zu finden. Welches ja komplett in Krähen verwandelt wurde. Ausrufezeichen. Oh Gott. Alles klar. Okay. Uh, die sind aber schnell. Uh, die sind aber schnell. Okay. Das ist, denke ich, mein Boss. Oh, die Mucke. Geil. Da würde Finn halt schon was bringen, ne? Weil der kann halt alle... Ich glaube, ich wechsle mit Finn dann gleich. Ich glaube, ich wechsle aber Aurora aus. Ah, ich glaube, ich wechsle Aurora aus. Erstmal eine Überrumpelung auf ihn, weil er ist der schnellste. Oh, wir müssen ihn noch ein bisschen verlangsamen. Äh, Gruppe Finn. Und dann kannst du mal... So, das ist Feuer, da hilft Blitz. Das... Ne, Wasser, Blitz. Feuer, Erde. Und Erde dann wahrscheinlich Feuer. Heißt, wir machen mal... Ne, wobei, wir machen Blitz auf den Wasser, weil der gleich da ist. Heißt, wir können ihn vielleicht unterbrechen. Yep, sieht gut aus. So, dann machen wir Damage hier. Ja, 95. Das bringt Gift. Oh Gott, jetzt ist unser Finn gelähmt worden. Ähm... Wir gehen... Der Wasserdude soll nicht angreifen. Verdammt, der reicht aus. Oh Gott, okay. Ich glaube auch, dass wir hier eine gute Wahl getroffen haben, dass wir Rubella behalten haben. Denn wir könnten uns hier heilen müssen. Okay, der soll angreifen. Sehr gut, Rubella. Okay. Auf den Wassertypen. Und den verlangsamen wir dann gleich. Dieser Blitz auch nochmal auf Wasser, dass der vielleicht down geht komplett. Ich weiß nicht, wie viele die aushalten, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Immerhin unterbrochen. Okay, das wird nichts mehr. Ah... Okay, jetzt auf den Wasser. Sehr gut. Oh, noch ganz kurz davor. Okay, sehr gut. Der greift an, bevor wir im Vorbereitungsmodus sind. Der Wasserboy sieht schon relativ down aus. Heißt, lassen wir ihn mal ganz down gehen. So, Erde kurz verlangsamen. Sonst hätte der uns noch zurückstoßen können. Ja. Okay, Wasser ist down. Sehr gut. Dann gib mir mal dein Gift her. War ein kritischer Treffer. Du musst dich heilen. Ah, bei Handel stimmt. Heil dich selber. So. Ähm... Auf Feuer. Mit dem Monsoon. Jetzt kommt natürlich die Erde durch. Und trifft natürlich Finn. Fuck. Okay, okay. Das ist alles aber nicht gut gerade. Ähm... Überrumplung einfach mal auf den. Komm, hör auf. Geh, 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 geh. Lähmt zu sein. Ich kann ihn irgendwie nicht... Jetzt kann ich ihn erst. Warum ging das gerade irgendwie nicht? So. Überrumplung nochmal auf ihn. Und dann... Mansoon auf Feuer. So. Tritt er. Ja, er kommt noch in die Vorbereitungszeit. Sehr gut. Dann verlangsamen wir weiterhin ihn. Schön. Zurückgestoßen. So. Jetzt müsste die Überrumplung... Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Jetzt versuche ich mal den Feuer zu... Oh, fuck. Wir haben keine MP mehr. Ähm... Dann nehmen wir mal kurz einen Trank. Einen Zaubertrank. Dass wir dann für die nächste Runde wieder wissen. Das kriegen wir natürlich ein bisschen Damage. Unser Leben sieht aber noch halbwegs gut aus. Ich sage halbwegs. Okay. Überrumplung dann nochmal einfach auf ihn. Hier schön Damage rein. Das ist gut. So. Ihn verlangsamen. Und dann... Mit Feuer auf ihn. So. Überrumpeln auf ihn. Fuck. Ich hätte... Oh, ich habe gedacht, dass das mit dem... Durchs Verlangsamen reicht es. Fuck. Okay. Aber eben wurde sie gelähmt. Das ist tatsächlich... Mir gerade lieber. Ich hole mir hier nochmal... Das Zeug hier. Okay. Der Feuerding muss angreifen. Okay. 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 Verlangsamen. 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 Ich benutze einen einfachen Schlag. Vielleicht reicht der schon. Er sieht nämlich... Sehr down aus. Ja. Wunderbar. Ne. Er soll eigentlich ruhig... Ah, verdammt. Er kommt nicht mehr in die Vorbereitungszeit. Okay. So. Jetzt sollte er aber... Noch ein bisschen schneller machen lassen. Dann mit Monsun auf ihn. Hoffentlich kommt er noch in die Vorbereitungszeit. Ja. Überrumpeln auf ihn. Sehr gut. Okay. Das sieht gut aus. Wir haben noch... Anständig leben, würde ich sagen. Ja. Anständig ist, denke ich mal... Ein guter Begriff dafür. So. Jetzt kann er wieder schneller werden. Und dann noch ein Monsun drauf. Sehr gut. Jetzt komm. Der Monsun muss es beenden, oder? Beende es. Ja. Okay. Da war Finn die beste Wahl. Eindeutig. Und was geht jetzt ab? Es vibriert alles. Das finde ich aber nicht so cool. Ja, schön. Alle den Stufenaufstieg bekommen. Nur einen Zaubertrank, hey. Ja, schon was krasseres erwartet. Kommt ans Wasser. Los. Hier schwindet. Hui. Hi. Der Vögel nur wie der Kapilli sind. Vorträgt ein Fluch der Wind. Und jetzt haben wir den Fluch anscheinend aufgehoben. Welch wundersames Becken. Es zeigt, was euer Herz ersehnt. Was ersehnt denn unser Herz? Vielleicht zeigt es mir Sonne und Mond. Ein Blick, der sich auf jeden Fall lohnt. Hoffentlich zeigt's mir Sonne und Mond. Kommt, es ist Heiliger Samstag, euer Gnaden. Das Volk erwartet euren Vortrag, euer Gnaden. Meine Aurora. Mein Herz gebrochen. Euer Gnaden. Hole jemand einen Arzt. Euer Gnaden. Wir haben also gesehen, dass unser Vater zerfressen wird von Traurigkeit. Darüber, dass er seine Tochter verloren hat. Aber wir können immerhin sagen, dass die Dorfbewohner hier wieder keine Vögel mehr sind, sondern wieder ihr altes Leben führen können. Da freut sich der Finn bestimmt. Oh, der da links sieht. Der sieht ja krass aus. A Finn? Riosvater, ich freue mich so sehr. Lass das, du feiger Bengel. Komm sofort her. Prinzessin. Aurora für euch, Madame. Danke. Im Namen meines Volkes, Aurora. Wir hatten Angst, sie nie wiederzusehen. Der sanfte Hüchel von Lemuria. Ich will glücklich sein, doch mein Herz ist zu Eis gefroren. Ich fürchte, für meinen Vater ist alle Hoffnung verloren. Der Dame flöte, was sie wohl bewirkt. Los, spitz die Ohren. Okay, jetzt spielt sie diese geheimnisvolle Flöte also. Ein paar schöne Klänge kommen aus dieser Flöte. Aber was macht sie, ist die Frage. Aurora, es ist, als ob ein Vogel singt. Welch liebliche Musik erklingt. Machen tut sie noch nichts. Nichts hat sich geändert. Nicht mal das Wetter. Aber irgendwie fühle ich mich jetzt schon besser. Aufgabe erfüllt. Finn in Not. Okay, ich kann nochmal in den Brunnen rein. Warum? Hey, du, ich kann dich sehen. Es freut mich sehr, mein Herr. Das ist ja schlimmer als Jahresangrein. Der muss noch abgefakter reden als Finn, also von dem her. Aber zum Jahrhäut lebe ich noch. Als ich in mein Haus kam. Dem blöden Abbewahrung im Wald hörte ich diesen Lauf. Es kam bei fünf Jahren. Ich ging hinaus. Ich rief mich an und mit Mühe kam ich fort. Zaubern konnte ich nicht. Ich stehe es mir an einem dicken Zeh. Oh weh. Ja, das war versuchser Mord. Armer Mann, habt ihr kein Zuhause? Seid ihr vielleicht auf Hilfe aus? Kannst du mit dem Schweren gehen? Wir sind nicht so ein Artenfluss wie mein Engel soll. Können damit eine Belohnung stehen. Grauen im Garten. Vertreibe am blühenden Baume. Vertreibe am blühenden Baume. Mathilde ist alle dunkle Kreaturen aus Avos Garten mit Gewalt. Gewalt! Gewalt ist immer gut. Wir haben natürlich Skillpunkte. Das heißt hier ist man zack. Und hier wollte man genau die Überrumplung schön erhöhen. Und bei Finn sind wir hier. Okay, wunderbar. Okay, wir sollen jetzt in dem Wald alle Monster der Dunkelheit vertreiben. Das ist doch schön hier. Schön idyllisch. Oh Gott, fliegt doch nicht so hoch. Herrgott. Das ist richtig schön hier. Das dunkle Königin hat uns verflucht. In ihren Jahren nur Kräuternheim haben wir gesucht. Uns hat es alle zu Vögeln gemacht. Das gibt es ja ja nicht, ne? Hier komme ich nicht weiter. Wo ist denn der Garten? Wie komme ich denn zu dem Garten? Wo können wir noch mit den Leuten reden? Ich weiß, ihr und Finn solltet uns retten. Aber echt, mein Mann ist stummer als ein Spä... Ey, das ist ja schon asozial, ne? Ich war hier glaube ich schon überall drin, oder? Oder war ich hier noch nicht? Aber wir waren hier glaube ich schon drin, aber wir waren hier noch irgendwie... Ne, wir waren hier nicht drin. Dieses Regetreiben hier. Ich verhungere, fräse ich ja meinen Hut. Schmeckt er einem Vogel denn gut? Ich kann nicht weg. Der Schaufel hebe, ich schwöre in den Äppel. Wir halten danach Ausschau unter Birke und Pappel. Okay, damit wir so einen Appel haben, einen Apfel will er sich gönnen. Das finden wir ja zufällig ein. Dann können wir ihn dem netten Herrn zurückbringen. Können wir da weiter? Nee. Okay, was sollst du sagen? Eure Mut war wahrlich eindrucksvoll. Danke für die Rettung, das war toll. Kein Problem, kein Problem. Guck mal. Verzeiht das Höchste vom Hohn, habt ihr es gesehen? Nie davon gehört, aber apropos. Des Mondes Tempels mauern auf Ehrensklippe stehen. Ehrensklippe? Huch, war das ein Opponent? Was war das? Oder irgendwas hochgeschnellt? Wohin genau führen uns unsere Schritte? Frag mich doch etwas leichteres, bitte. Wartet. Haben wir etwas vergessen? Ganz genau. Nämlich mir. Erst letzten Monat wurde ich 13. Was? Ich ist ein steiler Bartwuchs auf jeden Fall. Bin jetzt ein Mann, versteht ihr? 13? Mit diesem Bart? Wie kapiert ihr, Alter, und etwas schneller hier. Aber ich gab's verbockt. Ihr Großvater warf mich raus. Helft mir, mutig zu sein wie ein Stier. Na gut, folge einfach unserem Licht. Nur bitte, schnache nicht. Recht hat sie, darauf bin ich nicht erpicht. Ja, ich kenne das Wort, aber... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht dafür. Oh, Alter, was ist das denn? Guck mir vor wie ein Skyrim, so eine Zwergenstatue. So, wir kämpfen natürlich weiter hier mit ihr. Auf jeden Fall gleich auszuwechselt zu Aurora. Das ist mal schöne Überrumpelung, die es ein bisschen mehr Damage machen sollte. Auf jeden Fall. Uuuui. Was ist denn die Scheiße jetzt? Okay, der konnte da so... Gott macht er das immer oder nur manchmal Aurora. Dann benutzt sie mal zur Sicherheit ihr Sternenlicht. Und... Überrumpelung auf ihn. Dann verlangsammelt er... Ah, schade. Habe gedacht, es würde reichen. Okay, er sammelt Kraft, alles klar. Überrumpelung dann auf... Ja, ihn, er sieht schon relativ... Damaged aus. Kontert er. Okay, er konnte also immer körperliche Angriffe. Egal, jetzt nochmal ein Heap, dann dürfte er down sein. Und wenn er down ist, kann er nicht mehr kontern. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ganz dreist würde ich das einfach mal behaupten. Hoffentlich kommt er... Ja, sehr gut, er kommt noch in die Vorbereitungszeit. Und weg mit dir. Und dann können wir nochmal unser Sternenlicht einsetzen. So, hol dir das Zeug hier. Sehr gut. Downgetaked. Einen schönen Stufenanstieg noch bekommen. Wunderbar. Einen ungeschliffenen Rubin haben wir gefunden. Okay. So, jetzt können wir das Sternenlicht auf alle machen. Das ist natürlich richtig. Wir brauchen natürlich auch noch viel länger Vorbereitungszeit. Aber egal. Okay, ja, wir gehen jetzt hier durch. Da wird er nochmal Schaden erhöhen. Können wir nochmal mit MP-Aufwertung. MP-Aufwertung ist auch nicht schlecht, denke ich mal. Und ja, hier wollen wir ebenfalls hier weitergehen. Oder gibt es hier sonst noch irgendwas so... Hier gibt es halt einen Hieb auf alle, wäre auch sehr sinnvoll. Also dann werden wir... Nachdem wir hier durch sind... Also ich mache jetzt hier, denke ich mal, noch alles gut. Das ist alles nicht schlecht. Ähm... Und dann werden wir hier ein bisschen lang gehen. Weil das hier irgendwie... Der Lichtstrahl... Hm, der ist bestimmt nicht schlecht, aber... Mir reicht mein Sternenlicht derzeit. Wird ich da hochgeholt? Ui... Ja, werde ich. Und zu einer schönen Schatztruhe. Das ist doch nett. Zwei ungeschliffene... Hatten wir schon einen? Ja, wir haben jetzt drei davon. Heißt, wir können jetzt alle drei zusammen machen. Und daraus einen geschliffenen Smaragd herstellen. Der dann natürlich besser ist. Und der fügt jetzt Blitzschaden hinzu. Stark bei Wasser. Wir werden... Ich glaube, ich warte auch mit den Okuli wirklich komplett, bis wir richtig geile haben. Ne? Bis wir so richtig geile haben. So, da kommt man durch. Ist aber der Wind wirklich heftig. Wow. Da unten... Hey, warte mal. Nein, ich will da unten hin. Das werden wir doch schaffen, oder? Ah, okay. Ist ja doch manchmal auf. Okay. Das wusste ich natürlich nicht. Zaubertrank. Gibt es da unten irgendwas Nettes? Ah, ja, guck mal. Eine kleine Kiste. Mit einem Heiltonikum geht es da unten. Uah! Stopp! Nein! Okay, hier unten gibt es aber nichts mehr. Nein! 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 Okay, ist ja egal. Ich werde eh nur hier hochbekommen. Links zu den... Rambi... Äh, was? Rechts in das Dorf der Capilli. Um zu rasen. Okay. Dann machen wir gleich, sobald es mal aufhört hier. Zack, 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 zack. Nein, 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 nein. Schnell da durch. Oh Gott! Nein! Hör auf! Hör auf damit! Das heißt aber schnell, schnell, schnell. Es weht und bläst ein stärkerer Wind. Nach dir, mein Vater sehnt sich dein Kind. Achso, das war er, hat er gesagt. So viel Gefühl, so viel Gefühl, ach wüsste ich doch auch. Aurora, wofür man einen Vater braucht. Der Vater bringt mich nachts ins Bett. Hält mich, wenn ich einen Albtraum hätte. Immer weiß er, was ich brauche. Er ist mein bester Freund und immer nett. Mein einziger Vater all das tut? Darin sind Väter richtig gut. Zu den Ram... Bärte... Rambert-Ebenen. Rambert-Ebenen. Jetzt, jetzt haben wir es. Etzele haben wir es. Rambert-Ebenen. Okay. Ein neues Gebiet also. Wahrscheinlich mit einigen neuen Gegnern. Aurora wanderte über traurige Auen. Hinab in ein staubiges Tal. Bleib stehlich, weil die Schatztruhe. Suchte sie Sonne und Mond. Die Verzweiflung wurde ihr zur Qual. Doch gerade als sie sich sicher war, die Suche sei vergeblich. Jeder Hoffnung war, gab der Pfad ihr Preis. Nein, nicht der Sonne-Licht geduldet. So schnell geht das nicht. Ja, so schnell geht das nicht. Also, dass du mich einfach wegschlawinast. Tief als tief komme ich nimmer. Schau zum Himmel, Aurora, mein Kind. Das Höchste vom Hohen suche ich noch immer. Schön durch den Wasserfall durch. Oh Gott. Ja, dann scheiße ich das auf. Hab keinen Bock, wieder hochzurasen. Okay, zack. Ich werde ein bisschen nass, aber das ist ja auch nicht schlimm. Oh ja, hallo. Du bist groß. Du bist sehr groß. Okay, dann benutzen wir mal das Sternenlicht auf alle. Natürlich auf alle. Warte mal, kostet es auch... Es kostet gleich viel MP tatsächlich. Krass. Ist richtig gut. Okay, Überrumplung einfach mal auf ihn. Sollten die noch kurz aufhalten. Nicht, dass die uns noch in den Weg kommen. Einer ist in der Vorbereitungszeit, glaube ich. Oder die beiden sind auch gleich mal down. Das ist richtig gut. So, nochmal eine Überrumplung hier. Zack. Und dann... macht man einen normalen Hieb einfach. Sehr gut, der kommt noch in die Vorbereitungszeit. Aber er ist auch direkt down, direkt down. Direkt down, no chance. Noch schön, er ist ein ungeschliffener Rubin. Wie viel haben wir davon jetzt? Huch, zwei, zwei. Okay, also brauchen wir noch einen. Und da kann man... Ich glaube aber nicht, dass man... Also ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man auch, wenn sie einen gewissen Grad erreicht haben, die U-Pulli zusammen machen. Also das... Also verschiedene sozusagen. Dass sie dann alle Hellefekte haben. Einlulle-Elexi, was ist das denn? Was ist das denn? Verringert das Tempo einer anwesierten dunklen Reaktur für Rundenlang auf 50%. Hm, okay. Hi. Direkt mal rein hier. Alter, uh, was ist das denn? Okay, hier erstmal eine Überrumplung. Auf... Einfach mal... Auf ihn gehen wir zuerst. Zack. Schön verlangsam. Dann geben wir Sternenlicht auf alle. Der einzige Nachteil ist halt die Vorbereitungszeit. Aber bei so Überraschungsangriffen... Ist das trotzdem sehr gut. Zack. Und jetzt komm. Sternenlicht auf alle. Zack. Oh, leider keiner down. Schade. Ich weiß, dass er down geht. Okay, die werden beide angreifen können. Sollen sie bitte schnell angreifen? Auah. Okay, sie könnte gestört werden. Au. Aber er geht auf Aurora. So, ähm... Ich mach Sternenlicht wieder auf alle. Weil es macht ja keinen Unterschied außer die Vorbereitungszeit. Und wir sind ja schon so weit weg von denen. Dass die uns niemals mehr aufhalten können. Ja, der geht jetzt down, aber... Juckt uns ja nicht, ne? Einfach... Bam. Ich mach da gar nicht so viel Schaden. Vielleicht macht er einen Hieb tatsächlich sogar mehr. Weil die Rumpelung hier macht ja... Und wobei, nee, macht gar nicht mehr. So, dann greif an, aber schon... Aha, verdammt, ist nicht schnell genug. Okay, sammelt Kraft. Das ist gut. Bevor du überhaupt noch irgendeinen Angriff an kannst, bist du eh down, denke ich mal. Ne, das macht nur 30, okay. Zack. Auch immer noch nicht her. Gibt's ja nicht. So, ein bisschen verlangsamen. Dann nochmal eine Rumpelung und noch einen Hieb. Zack. Wunderbar. Das ist doch locker easy. Unsere liebe Aurora hat nicht mehr so viel Leben tatsächlich. Da sollte man mal wieder heilen. Ein Stufenanstieg für unseren lieben Finn und noch einen umgeschliffenen Smaragd. So. Du machst dann hier erstmal deine Schlagstärke. Vielleicht in gewissen Situationen kann man den ja benutzen, wie wir beim Bosskampf in dem Brunnen gemerkt haben. Ein Beschleunigungselexei. Okay, was das macht, muss ich jetzt nicht nachgucken. Das wird uns einfach nur beschleunigen für ein paar Runden. Warum denn immer mit einem Wasserfall? Okay, hier muss ich aber auch gar nicht lang. Geht das nicht höher. Aber hier gibt's eine schöne Kiste mit einem starken Heiltonikum. Aber hier unten ging's nicht weiter, ne? Oder gab's irgendeine Tür oder sowas? Ne. Nee, ne? Nee. Obwohl. Da drin ist ja was. Komm ich da rein irgendwie? Da ist ja ne... Ah, guck mal. Okay. Sollen nochmal rauskommen, die Dinger. Okay, die brauchen eine Weile, bis sie rauskommen. Heißt, wir haben genug Zeit, hier runter zu gehen. Ah, hier ist auch noch ein Schatz... Das heißt nur eine Schatztruhe, ungeschliffener Saphir. Davon haben wir jetzt genug. Heißt, wir stellen mal kurz den geschliffenen Saphir her. So, das schaffen wir. Boah, sehr knapp, sehr knapp, aber hat funktioniert. Okay, und wo geht's jetzt weiter? Ach, hier geht's rein. Oh, hab ich nicht gesehen. Okay, dann müssen wir mit, äh... Schwimmen mit dem Strom. Okay, da oben gab's einen Hebel im Moment. Der schaltet bestimmt das Ding hier aus. Aktivier den Hebel. Ah, ne, ach so, er macht's überhaupt erst auf. Hallo? Wir kennen dich bestimmt schon, also zumindest Aurora. Und es hieß ja Wiedersehen. Täuscht mich mein Auge? Ignikul... Ignikulus, was für ein Name. Ist sie da? Ja, es ist meine mittlere Schwester, die süße Nora. Kann das sein? Du lagst im Bett. Warum auch immer sie eine höhere Stimme hat als Aurora. Aschfahl wie ein Brett, es war zum Vertriesen. Es ist ein Wunder. Mutter und Herzog werden Tränen vergießen. Wie lang bist du schon hier? Wie geht es Vater? Er fühlt sich schlecht, leidet gar sehr. Seit er zu Bett liegt. Einen Tag ist es nun her. Gott, ich hoffe, die spricht nicht zu viel. Sanft habe ich ihn in den Schlaf gewiegt. Amseln flogen durch die Luft. Flieder verströmte herrlichen Duft, dann das Grauen. Den Turm hinauf schleppte mich ein Schuft. Hilflos zerrte man mich in ein Spiegel hinein. Ein Spiegel? Ich frage dich, wo kann der sein? Gehen wir nach Haus, zu Mutter und Vater. Frau und Mutes werde ich dich begleiten. Der Weg führt hoch, in die Berge hinauf. Unterwegs warten viele Schwierigkeiten. Als Familie überwinden wir fürwahr. Jedes Hindernis heute und immer da. Nora hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, haben wir also noch eine Person dazubekommen, die natürlich erstmal viele Fertigkeitenpunkte hat. Was kann die denn so? Ah, okay, einlullen und beschleunen. Okay, die ist auch eher so eine Bufferin, sage ich jetzt mal. Versteinen ist natürlich nett. Mit 20%iger Chance, 4 Sekunden lang. Wenn nicht das, wo ist denn davon das nächste? Hier, dann ist die Chance auch höher. Ja, das ist gut. Was gibt es die sonst noch? Hier gibt es noch Beschleunigen. Und halt einlullen wahrscheinlich noch hier unten. Unaufhals, dann beschützt einer. Okay. Nee, dann skillen wir mal richtig hier drauf. Das war hier da versteinert noch. Oh, verdammt. Ich werde aber, glaube ich, trotzdem bei... Also irgendwie... Einlullen und beschleunigen ist ja sicherlich nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde bei meiner Rubella bleiben irgendwie. Also, die ist super schnell. Ich werde es natürlich Nora mal ausprobieren, aber... Bis jetzt gefällt mir Rubella am besten so von der Reihentheorie. Aber ich würde sagen, das war es mit diesem Part von Child of Light. Ich hoffe, hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Schau in die Playlisten auf dem Kanal vorbei. Wenn ihr Bock auf mehr habt, und würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part von Child of Light wieder. Peace up. Und haut rein.